Hallo Leute und herzlich Willkommen zu MCDP 1 Folge 5, zusammen mit STMX8. Moin Moin Leute, was ist alles gut bei euch? Ich hoffe, wir gehen direkt drauf. Zwei sind nämlich schon auf dem Server. Drei, zwei, eins. Immer so übersetzt, Alter. Oh Gott, ich bin in dem Block. Also, also, also. Was wollen wir genau machen? Ähm, ich würde sagen, wir gehen wieder raus und töten noch Tiere, vor allem Kühe. Ja, was sind Sie? Weil wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Bücher. Definitiv. Ich habe gesehen, ich habe gemerkt, dass Sie in der Folge vorproduziert haben. Also, sind Sie nicht aktuell? Also, Sie könnten uns auf der Schlische sein? Das ist das Problem, ja. Das ist jetzt das Problem. Was wollen wir machen? Wollen wir wieder ein bisschen weggehen von Spons? Äh, ich würde sagen, ja. Aber immer noch halt gucken, dass wir, ähm, dass wir hier bleiben, wo Tiere sind. Also, auf einer Fläche möchte ich lieber sein. Aber, ne, guck mal kurz, Mia, ich bin so am Arsch. Oh, ja, Alter, über die ist Pani. Hinterhalt. Eine Panik auf der Titanic. Oh, ich, ach, Dicke. Also, jetzt kurz machen wir, was wollen wir? Was wollen wir? Wollen wir? Ich habe gesehen, wir müssen noch mehr Leder haben, das ist für ihn. Ja, mehr Leder, ja, vor allem für Bücher, weil... Äh, folgst du mir? Wo bist du? Wo bist du? Ja, das ist, was ich mal komplett. Also, warte hier. Ja, ich sehe dich. Okay, gehen wir mal hier durch, ähm, weil ich... Ich glaube, hier ist es grundsätzlich nicht schlecht, oder? Vielleicht schon wieder. Ich bin weiter weg vom Sporn. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Das ist die Frage. Das ist, glaube ich, Rüstung sind wir nicht schlecht dran, aber ich hätte gesagt, wir müssen heute wieder in die Mille. Ja, eigentlich schon. Aber ich würde zwar trotzdem gerne noch... Ich würde halt gerne ein Dorf finden. Oh, da ist das in Kühe. Ah, ne, nur eine. Ja, aber immerhin. Aber die Frage ist, wo haben wir die Mille? Oh, Alter. Ja, ach, alles ob. Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Würde halt... Oh, lol. Würde halt... Oh, ich habe noch sechs Leder, ja, moin. Ähm, ich würde halt trotzdem, ja, gerne einfach noch ein bisschen Tiere töten, gerade Kühe, weil Leder ist sowas von wichtig. Lol, hier waren wir am Anfang. Nee, nee, nee. Doch, doch, hier sind wir doch durchgeraten, oder? Ja, ja. Ja, ja. Gehen wir jetzt mal nach da hinten. Vielleicht haben wir da, oh, lol, einen Bogen. Ich habe den Bogen, den können wir... Kann ich dir gleich geben. Ja, gut. Ja, ich habe auch, ja, ich habe auch schon einen Bogen, also... Oh, ja, muss ich uns nicht mehr crashen. Nein, das ist ja schon. Weil ja, habe ich zehn von dem Skeletz bekommen, aber... Ich habe ja auch noch mehr bekommen. Ja, ist so. Und wir rechts durch? Ja, einfach hier geradeaus, oder? Ich fände es ja so geil, wenn wir jetzt eine offene Fläche finden, und dann, ähm... Und dann so, äh, ein Dorf, das wäre... Das Problem ist, hier kommt wieder Wasser, ich schaffst du nicht so gut aus. Ja, ist doch scheiße. Da vorne ist aber schon wieder Zuckerrohr. Das war wie das letzte Mal. Das war wie das letzte Mal, wo ich... Ja, nee, können wir nicht machen. Ah, scheiße. Das ist natürlich auch gut, wenn wir in den Zubaren stürmen. Ja, ist so. Alter, es droppt so langsam. Ich kann es nicht aufsammeln. Hast du es genommen? Ja, hast du, oder? Ah, nee, ich habe es. Ähm, ja, ich würde sagen, wir laufen hier noch ein bisschen weiter. Und, ja, dann gehen wir sonst einfach wieder unter die Erde, wenn es nicht geht. Wenn wir nichts mehr wirklich finden. Ah, es ist jetzt ein bisschen blöde. Ja, ist so. Weil, also Essen ist nicht das Problem, finde ich. Einfach Bücher, also Leder ist das Problem. Das ist wieder zu einem hohen Pinkel, ja. Da habe ich. Ja, alle haben einen hohen Pinkel. Ja, ich habe einen 900, ich habe einen 700, die ernten 2 auf einen 900 und du hast 700. Ah, das ist du, oder? Ja, ja. Oh, jetzt Kühe, jetzt. Oh, richtig geil. Oh, das leckt aber auch. Sobald mehr als zwei Leute auf dem Server sind, leckt es einfach. Oh. Wie, mein Ohne. Aber ich kann es gar nicht alles aufsammeln, das ist das Problem, warte mal. Irgendwie, Eier, für was brauchen wir Eier? Es sind ja die Leder. Oh. Ich dachte, das geht so tief runter. Okay, also ich habe elf Leder, das geht klar. Du, wie viel lässt du? Ich habe, warte kurz, ich habe keine, ich habe keine, ich habe zehn Leder, wo bist du, wo bist du? Ja, ich bin hier hochgerannt. Ja, hier, direkt über die. Es ist. Ja, das wollen wir, aber jetzt machen wir eine. Ich würde sagen, wir gehen dann noch so ein Stück weiter. Weil ich würde auch einfach gerne die Welte forschen, aber es sieht nicht wirklich gut aus. Vielleicht treffen wir doch mal ein paar Küren und sonst gehen wir danach unter die Erde. So bei fünf Minuten, würde ich sagen, gehen wir runter. Haben wir noch Zombie? Es ist kritisch, ja. Ich habe erfahren, dass sie nicht so guten Staff haben. Ich hoffe es einfach mal. Aber ich glaube, die haben mittlerweile halt auch die Erzeugung sogar. Ja, sie haben schon die, ja, das habe ich auch sehr gut gesehen. Die größte Wahrscheinlichkeit ist, wenn sie jetzt ins Portal gehen, dass sie... Oh, da vorne ist eine offene Fläche. Oh, das ist gut. Da müssen wir aber ein bisschen über Wasser, aber das ist egal. Da gehen wir kurz hin. Und dann gucken wir dort, ob wir Tiere finden und danach gehen wir unter die Erde. Das Problem ist einfach meiner Meinung nach, wenn sie jetzt schon zaubertisch haben, dass sie früher dort sind, als wir, dann eh noch mehr Vorteile haben, als wir. Aber ich hätte jetzt gesagt, wir... Ja, das ist das Problem. Wir müssen jetzt erstmal kurz gucken. Und wir können ja uns noch hier verzeigen, also macht es... Ja, ist so. Ja, und... Also hinten Kühe? Nee, okay. Äh... Ja, okay, jetzt zumindest so ein bisschen offene Fläche. Vielleicht. Ich komme mal nach rechts. Alter, jetzt labern. Ich sage auf, labern. Ach man, schade. Ich habe gehofft, dass hier ein Dorf ist. Aber auch nicht so eine große Fläche. Aber naja. Es hat aber auch... Hä? Als ob sie keine Kühe hat. Das ist doch ein schlechter Scherz. Aber Junge ist geil zu fighten, finde ich. Aber da hinten ist nochmal eine große Fläche. Komm mal mit. Ja, ist lege zu hart. Ich habe... Ja, okay. Gut, bei mir geht es jetzt klar, aber... Wieso? Ah, das ist ein Hund. Ich kann nicht mehr springen. Warte kurz. Wir müssen dann auch mal ganz kurz ein bisschen Pfeile craften, weil ich habe viel Flintstone... Also Flintstone habe ich gar nicht so viel, aber so viel Kies. Ich habe keinen Bock, dass zu bunkern. Okay. Sieh, wenn wir ein Dorf hin. Ah, ich hoffe auf ein Dorfwerk. Dann hat es da ziemlich safe Bücher. Oh, jetzt Kürbelst du nun. Brauchen wir die eigentlich nicht, oder? Wir müssen mitnehmen. Echt? Okay. Okay. Ah stimmt, wie können wir... Ich glaube nicht, oder? Egal, kommen wir neben ein, zwei mit. Nee, bringt gar nichts. Nee, bringt gar nichts. Okay, dann nicht. Ähm... Ja, ich hätte gesagt, wir konnten hier noch kurz ein bisschen die Fläche. Ja, ist egal. Geh du links, dann kann ich... Äh, ich gehe links und du bist rechts, dann können wir so ein bisschen... Und wir finden uns... Und wir finden uns... Oh, je, je, je. Ja, komm, wir gehen noch kurz hier noch ein bisschen nach hinten. Ja, ich will einfach... Ich hoffe einfach, dass wir ein Dorf finden. Ich glaube... Ich habe gar nicht mehr so viel... Hast du viel? Oh, lol, hier ist die Border. Ja, nee, das stimmt die Border. Nee. Okay, warte mal, wir sollten, glaube ich, ein bisschen weg hier, weil... Eventuell... 100 Blöcke, wir müssen 100 Blöcke... Wo bist du, wo bist du? Ich bin hier vorne, gerade bei den Hühnern, ich töte da noch ein paar, weil ich brauche noch ein bisschen Fleisch. Also jetzt richtig viele Hilfe brauchen. So. Ja, ich weiß, wir müssen danach weg von der Border. Wir laufen danach einfach noch kurz so ein bisschen. Ich denke, wir nehmen noch einmal auf die Woche, aber trotzdem ist es... Bisschen risky. Oh, Gott. Nee, aber das Problem ist trotzdem... Das können wir nicht machen. Wir haben bis jetzt noch mal... Das ist so blöde, gerade. Ja, wir haben... So... So krass Pech haben wir gar nicht, aber es ist trotzdem ein bisschen schwer. Okay, die Border ist rück, 100 Blöcke. 100 Blöcke, oder? Ja, 100 Blöcke. Oh, da drüben ist auch noch mal eine Fläche. Alter, bitte. Joll, da hinten ist noch so ein komisches Biom. Alter, Hühner. Junge, was ist los? Da ist ja gar kein Fleisch genug. Alter, der... Hey, jetzt hier über die Hühner. Hey, das sieht gut aus, hier im Wald. Hier im Wald sieht gut aus. Können wir gleich noch ein bisschen nach hinten gehen. Ja, jetzt... Ihr Essen hat mir gleich genug, hätte ich jetzt gesagt. Ja, hier haben wir es dann safe, genau. Ist ein Steak. Fede habe ich jetzt ein Steak. Alter, krass. Scheiße. Ich will noch kurz die Hühner hier vorne mitnehmen. Danach können wir da gleich runter bauen, oder so. Nee, nicht runter. Wir bauen uns erst wieder in, äh... Das sind jetzt so unproduktive Folgen, ne? Er ist so, aber es ist halt trotzdem wichtig. Ich bin auch hier vorne kurz ein bisschen Chicken am töten. Weil ich mag Chicken Nuggets. Okay, ja, ich habe 21 Chickenfleisch, das passt. Also ungebraten. Ja, komm. Ja, komm. Ich komme gerade, ich bin noch kurz ein bisschen am Messen. Ich bin vielleicht hier, vielleicht hat es hier noch. Lass mal hier hoch. Ja, okay. Vielleicht hat es hier auch ein Dorf, weil es gibt doch in diesem Video geht es doch auch immer. Wörfer. Ja, ja. Auf dem Berg sind wir schon mal richtig. Geht alle Woche, äh, die Porta 100 Blöcke zurück? Ja, genau. 100 Blöcke jede Woche. Eine? Oh ja. Können wir auch mit mir, ja, ja. Passt. Meine Fleisch. Okay, ich könnte es neben, also hier runter. Das war Opti-Fein, geil. Ich bin seitdem gestern. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dacht gerade, ich fall runter und sterb. Ähm, ja, und das ist jetzt die Frage. Wollen wir, wollen wir hier ist einfach runter? Äh. Lohn. Okay. Hm. Aber hier ist schon wieder mehr, ach man. Ja, ne, gehen wir hier runter. Hallo? Ach ne. Jetzt noch schweigen. Alter. Was? Ein Pilz auf Bäumen? Okay. Ein Flags, okay. Ja, wo ist jetzt Flavio hin? Ja? Warte, ich... Ah, okay, mach. Ich spiele auch fertig, ist gut. Okay, rum, einfach, das ist gut, ne? Man kann dich, warte, vielleicht kann man dich hören, ein bisschen. Sag mal was. Ja, jetzt geht's wieder. Ah, jetzt geht's wieder, okay. Okay, keine kleinen Probleme, aber das ist kein Problem. Ja, okay, dann gehen wir in der nächsten Folge wieder runter, weil ich habe hier noch mal ein bisschen geguckt, aber ich habe nichts gefunden. Beim zweiten, warte ich jetzt kurz, beim zweiten Projekt bin ich nicht mehr dabei, wenn du jetzt so machst. Ja, ich weiß, wir müssen für einen besseren Server gucken. Also, lag geht das nicht. Ja, das ist gelättet, also. Nach zwei Minuten, was machen wir? Ja, ich würde sagen, wir graben uns noch kurz irgendwo ein. Bist du, wo bist du? Wir haben uns komplett verloren. Ne, ne, ich bin hier nur so ein bisschen... Siehst du die Blöcke, die da in der Luft schweben? Ja, wir finden uns jetzt. Ja? Geh mal zu denen. Ich bin eigentlich unter denen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, wir müssen für ein bisschen... Weil, alter ist, ihr heißt selig. Komm, lass uns rum, äh, irgendwo noch graben hier. Ja, komm. Wollen wir direkt runter, ich glaub schon, oder? Ah, dann noch kurz, dann können wir noch die... Ah, dann können wir noch kurz die Ödebein tun. Ich mach jetzt hier unten so ein kleines Ding, wo wir kurz die Öfen aufstellen können. Ich hab noch ein Crafting, genau. Und dann mach ich hier Eifen rein, hier unten mach ich Fleisch rein, Crafting. Wollen wir schon mal probieren, hätten wir zu verzaubern? Ne, wir haben noch nicht gute Verzauberung. Hast du mir noch, äh, kannst du mir mal dein Leder und, äh, ach, warte mal. Genau, dein Leder und, äh, dein Zuckerrohr, respektive dein Papier. Ehre nochmals. Hast du mir's gegeben? Zuckerrohr hab ich nichts mehr, das hab ich dir... Zuckerrohr hast du nichts mehr? Das hab ich dir getrobt. Das hab ich dir getrobt. Ja, bist du sicher, weil ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab nämlich kaum Zuckerrohr. Also ich hab jetzt gar keins mehr. Ja, moin. Das kann ja nicht sein. Achtung, ich werde in sieben Sekunden gekriegt. Okay, ähm... Ciao. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen länger noch am Zauber bleiben. Ne, nicht abbauen, nicht springen. Ah, ne, du auch. Geht. Leute, das war's mit dieser Folge MCDP1. Äh, schaut unbedingt in die Videobeschreibung. In erster Link ist SMX8. Äh, ja. War interessant. Wir gehen jetzt... Ja. Mal gucken, was wir machen. Wir müssen noch nicht so genau... Ähm... Ja. Das war's. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute.